Ja, sprechen wir über NuSkin und zwei negative Erfahrungen. Negative Erfahrungen als NuSkin-Berater auf Facebook. Hier zwei grobe Fehler und wenn du die vermeidest, hast du einfach noch mehr Erfolg. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Und im Network Marketing war mein Umsatz im siebten Monat bereits 210.000 Euro. Das nur mit Facebook und nur online unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratis-Kurs. 110 Vertriebspartner in 30 Tagen, das habe ich erreicht. Gut, die erste negative Erfahrung zum Thema NuSkin, also es geht hier um die Aktivitäten auf Facebook, ist eine Facebook-Fanpage zu haben. Ich sehe es immer wieder, Leute steigen ein ins Network Marketing, nicht nur bei NuSkin. Und die erste Empfehlung ist immer, mach eine Facebook-Fanpage. Ich frage mich, welchen Sinn soll das haben? Früher hatte man eine Facebook-Fanpage und man hat damit auch wirklich Reichweite, Sichtbarkeit gehabt. Jetzt ist es nur mehr sinnvoll, eine Facebook-Fanpage, eine Seite zu haben, wenn man Werbung schalten möchte. Und ich kann dir nicht empfehlen, Werbung zu schalten, wenn du hier viel Geld verpulverst. Nicht erst nach dem letzten iOS-Update. Also das möchte ich jetzt nicht hier ausführen. Aber eine Facebook-Fanpage hat eine Reichweite von 1,37%. Das muss dir klar sein, das heißt, 100 Fans, einer sieht dich. Die viel bessere Lösung ist es, eine öffentliche Gruppe zu haben, weil die öffentliche Gruppe wesentlich mehr Reichweite hat. Max Zuckerberg hat uns gesagt, der Fokus von Facebook liegt auf diesen neun öffentlichen Gruppen. Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, selbst in meiner Facebook-Gruppe, wo eben auch Vertriebspartner von NuSkin sind, habe ich eigentlich ein Werbevideo, einen Kurs drinnen, den ich beworben habe. Und ich habe aktuell über 40.000 Menschen damit erreicht. Würde ich das mit einer Facebook-Seite machen? Vergiss es. Die zweite negative Erfahrung zum Thema NuSkin-Aktivitäten auf Facebook sind Vorher-Nachher-Bilder. Vorher-Nachher-Bilder, das hat gut funktioniert vor zwei, drei, vier Jahren. Da hat man ein Vorher-Nachher-Bild in eine Facebook-Gruppe gestellt. Und man hat wirklich viele Interaktionen bekommen. Dann hat sich die Branche verändert, weil viele, viele im Network-Marketing, nicht nur bei NuSkin, auch in anderen Unternehmen, gesagt haben, ich mache das auch. Man hat auf einmal bei Facebook nur mehr Vorher-Nachher-Bilder gesehen. Über Kosmetik, über Abnehmen und Sonstiges. Ja, und jetzt ist der Clou der, der Facebook-Algorithmus und der Instagram-Algorithmus erkennen diese Vorher-Nachher-Bilder. Und wenn du jetzt zum Beispiel zur Kosmetik von NuSkin ein Vorher-Nachher-Bild reingibst, hast du keine Reichweite. Ist dir schon mal aufgefallen? Ich habe jetzt gerade geschaut, bei einer Facebook-Fanpage, die beschäftigt sich mit dem Thema Abnehmen und postet immer diese Vorher-Nachher-Bilder. Null Likes, null Kommentare. Diese Postings werden gar nicht angezeigt und deswegen, das ist definitiv eine negative Erfahrung. Lass uns über was Positives sprechen. Punkt 3, was ist eine positive Erfahrung von NuSkin-Partnern? Das ist definitiv die neue Google-Funktion. Wir haben jetzt eine Kooperation von Google mit Facebook. Das bedeutet, wenn jemand auf Google nach NuSkin-Produkten sucht, findet er dich auf Facebook. Als Basis dazu musst du diese neue Funktion erstmal aktivieren in deinem Facebook-Account. Und wenn du wissen möchtest, was es damit auf sich hat, wie du das tun kannst, dann schau einfach unterhalb von diesem Video in meinen neuen Gratis-Kurs. Er nennt sich 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Ich nehme dich dort an die Hand und es ist ein ausführliches Training, das über zwei Stunden dauert. Und dort zeige ich dir positive Erfahrungen von NuSkin-Partnern. Ja, schön, dass du da bist. Viel Erfolg bei NuSkin. Rock it. Bye, bye. Ciao, ciao.